Guten Morgen, liebe Kinder, ich bin der Petrus, der Vorläufer von JT2 und Venedig XV1. Guten Morgen, liebe Kinder, ich bin die Magd aus dem Hof des 2. Hallo Petrus, wir kennen uns doch. Hm, nee, nicht, dass ich wüsste. Weißt du nicht, wer damals im Hof des Hohen Priesters in Jerusalem? Könne ich nicht. Damals hast du gesagt, du kennst Jesus nicht. Was, ich soll gelogen haben? Nie. Was ist denn mit dir? Damals hast du aus Angst gelogen. Und jetzt kannst du dich immer noch nicht dazu bekennen. Du musst mich immer auf den falschen Fuß erwischen. Dabei konnte ich dir doch gar nichts tun. Ich als Magd, zu deutsch, als Kücheneingestellte. Keiner Flieger hätte ich was tun können. Ach, ihr Mädchen seid sowieso nichts wert. Da kommt doch zweimal Baby machen, dreimal Heule. Meine Forts und Sprüche passen gar nicht zu deinem Beinnamen Petrus. Vielleicht hat Jesus dich auch so genannt, damit du entdeckst, wo und was der Fels in dir ist. Ach, weißt du, wenn irgendjemand Jesus wirklich lieb hat, dann bin ich es. Aber ich stehe mir immer wieder selbst im Wege. Das größte Wunder ist doch, dass Jesus trotz allem an mir festhält. War das nicht schon bei deiner Berufung so? Ja, richtig. Ich habe bei dem reichen Fischfang nach Lukas 5 gerufen, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Hatte Jesus nicht ziemlich recht, wenn ich so auf deine Macho-Sprüche schaue? Ja, aber stell dir vor, Jesus hat sich nicht darum gekümmert. Keine Sekunde. Hat er nicht gesagt, du mach mal Gewissenserforschung? Oder du brauchst längere Exerzitien? Oder besprich das mit deinem Beichtvater? Oder geh mal in Therapie? Oder versuchst du mal mit Diät a la Kreienfels? Oder fang an mit Tai-Chi-Hatschi? Nicht von allen Dingen. Er hat gesagt, ich brauche dich. Fischer bist du, Menschenfischer sollst du sein, ab sofort. Menschen, die gefischt werden wollen, sind genug da. Da hatte ich gar keine Zeit, an mich zu denken. Und Jesus hat sich einfach nicht darum gekümmert, dass ich gesagt habe, ich bin ein Sünder. Er hat einfach gesagt, ich brauche dich. War Jesus nicht schrecklich autoritär? Autoritär ist gar keine Frage. Jesus war so, wie es sich nur Gott selbst erlauben kann. Es war der Ruck oder Knacks oder die große Wende in meinem Leben. Aber dann wurdest du leider öfter rückfällig. Zum Beispiel heute. Was würde Jesus dazu sagen? Ich glaube, Jesus würde immer dasselbe sagen. Mensch, vergiss es. Ich brauche dich. Mensch, vergiss deine Kleinheit. Vor dir liegt Gottes Ackerfeld. Aber du bist feige, du verletzt Menschen, du wirst rückfällig. Es ist immer dasselbe mit dir. Du hast nämlich zu viel Angst. Ja, ich sehe das jetzt auch ein. Deshalb betet man im Mittelalter her. Du hast deine Kirche gegründet auf die Briefe des Paulus und auf die Tränen des Petrus. Bist du überfadert? Bei Jesus ist jeder überfadert. Du machst immer große Sprüche und nachher ist das heulende Elend. Du setzt als Tiger an und endest als Bettvorleger. Ja, ja, keine großen Versprechungen. Was macht man dagegen, wenn man immer wieder zurückfällt? Gott muss es ergänzen. Gott muss es zum Ziel und zu den Adressaten kommen lassen. Das Prinzip kenne ich schon. Subla de ecclesia. Das heißt, die Kirche wird alles ausgleichen. Trotzdem finde ich es sympathisch, dass euer Herr und Meister nicht perfekte und scharfe, Leute, wie den Propheten Elias, zum Hirten der Schafe bestellt hat, sondern schwache Leute, die wissen, was Sünde und Gnade ist. Sie können wenigstens mit uns Unvollkommenen mitfühlen. Sie sind keine Tugendhelden. Nicht wahr? Und deshalb heißt es auch, ach lieber Gott, mach die bösen Leute gut und die frommen Leute nett. Vielleicht reise ich später mal nach oben und gucke, was Männer deiner Sorte so anleuchten. Sei beruhigt, es kommt nichts Besseres nach. Es ist gut, dass man weiß, wie sehr er das Gebet nötig hat. Es gibt den Spruch, was Händchen nicht lernt, das bringt dem Hans die Männchen bei. In diesem Sinne, vielleicht solltest du mal etwas mehr ihr weibliche Tugenden beherzigen, als da sind. Statt Imponiergehöbe, der elegante, sanfte Sieg, auf der Basis charakterlicher Nachhaltigkeit. Oh ja, die Nachhaltigkeit. Vielen Dank.